Auf die Welt gekommen bin ich hier in Los Angeles. Ich bin am Tag meiner Geburt zur Adoption freigegeben worden. Ich war nie verheiratet. Das Wichtigste im Leben ist mir meine Unabhängigkeit. Ich hab nachgedacht. Ich will ein Kind, das von mir ist. Aber du weißt, dass ich dir das nicht geben kann. Es hat ein neuer Therapeut angefangen. Er ist freundlich. Er ist überall beliebt. Seh dich vor, Karen. Sturz dich nicht in dein Unglück. Ich habe mit 14 ein Baby bekommen, eine Tochter. Sie ist zur Adoption freigegeben worden. Wir wären wunderbare Eltern. Wir könnten ein Kind von der ersten Minute anleben. Auch wenn es nicht unser eigenes wäre. Hast du je nach deinen leiblichen Eltern gesucht? Vielleicht haben sie nach dir gesucht. Ich wohne in ihrer Heimatstadt. Wie schwer kann es für ihre Scheiß-Majestät sein, mich zu finden? Wichtig ist die gemeinsam verbrachte Zeit. Such nach ihr, bevor es zu spät ist. Sind Sie sexuell aktiv? Ich bin nicht schwanger. Ein Mensch in einem anderen Menschen. Science Fiction. Ich möchte, dass mein Kind weiß, wo es hier kommt. Falls wir uns treffen, sollten wir nach vorn schauen und nicht zurück. Ich denke oft an dich. Auch wenn wir unsälte Anlegative stehen. Da war nichts mehr, wo es clean ist. Ich denke, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Wir sind ein Mensch, wenn wir das späterannenstelle.